Herzlich Willkommen und herzlich willkommen bei den Let's Play Fake Ground Order, ich bin Sam Sofix Wir sind im Apocrypha Event und haben beim letzten Mal es hier geschafft, die nächsten Servants so halbwegs zu befrieden Auch wenn hier das Chaos schon direkt vor uns steht, ist das schon mal ein kleiner Sieg für uns Die nächste Nacht bricht an und die nächste Wille an Servant wird wahrscheinlich andrecken, aber das werden wir schon schaffen, oder? Ja, people I've never met! Das erklärt, warum ich so reagiert habe. Es ist noch ein bisschen schade, aber Nice to meet you, you must be a stealther Und you two must be Well, what's going on here, CastedIn? Just give us a quick version, yeah? Of course, I just, I was just about to I see, so that is why both the black and the red cams have gathered here Well, well, I shall lend you my aid Thank you So, this isn't the great holy grail, what? Damn, what a trick Go ahead and set the rest out if you want, not like one more Saber's gonna make any difference What was that? You want a fight or something punk? Hey, so you do get it Nah, things are getting worse by the day around here It's all we can do just to keep our heads above water If you're not gonna help us fight, then get lost I get it, CastedWars, pretty obvious just looking at you Oh, yeah? You're pissing me off, come on, let's go You and me, no weapons, just fists Now you're talking Mach sie fertig, Achilles! Huh? Hey, what was that for Frankenstein? You had really hurt Huh? Do you have a fight in the court yet? It's small, and if we fight, we kill the flowers? Oh, ja klar, sie verstehen sich aus hier, äh, London Huh, fine, whatever Yeah, uh, if we're gonna do that, we're gonna take it outside Ah, pass, moment's gone She took all of the fun out of it Oh, yeah I'm glad to see such an esteemed heroes Getting along so well There we are Not to worry You'll be get along fine once you start fighting side by side, whether you like it or not Na, ist es nicht so, als hätten wir die große Wahl, oder sterben oder zusammenarbeiten, obwohl, glaub ich, der ein oder andere von uns will sterben werden And I will not take an, uh, no for an answer Yeah, let's see if things work out nicely Give me a break Took the words right out of my mouth Now then Custardin, have you started losing ownership of the Great, uh, Grail, or not? Ah, yes I'm steadily losing control Why didn't you say so sooner? Then there's no point in fighting these guys off I see Then what do you suggest? Oh, come, uh, the hell on You're telling me the Great Sage hasn't figured this out? The only thing left is, uh, hanging gardens Yes, I suppose you're right I've been putting it off Because, uh, of how dangerous it is But now that We have, uh, many capable fighters on our side Attacking it has become a viable option However, I believe the Hanging Gardens is the Assassin of Red Simiramis Noble Phantasm, correct, Zazig? Yes As long as she is in the garden Simiramis is a powerful author's ruler Back when we were fighting her All she did was just bombard us from her garden But if we board the garden ourselves It would be a different matter All the 12 of us will have to focus on defending ourselves When we're here Our chance of victory are slim at best Why do we not simply attack now, before nightfall? I actually tried sending a flying golem in there yesterday At Shiron's behest But as soon as night fell It was teleported back to the surface So we believe that our enemy has already taken measures against a daytime attack So you can figure it out, didn't that be easy? Yes, that will make it this very difficult I've only seen it from a distance at night But its defenses are obviously quite formidable Were you able to make it there, Custodon? Well, during the Great Hall of Grey War The Black Team Masters used their own airplanes And Ryder Astolfo That is, well, he wrote a zippograph up to it And dodging its defenders all the way On top of that, our ruler used a defense skill That protected us from more than half of the bomb That the Motsimera must unleash from her gun Right now we have Achilles Shire at the Astolfo Zippograph But I'm afraid it will be difficult to attack the garden with those alone Convenient as it would be Where she has simply opened the garden gates to us I rather doubt she will be so accommodating More likely she will defend her garden quite fiercely Hey, Jiren, got any brilliant ideas? Get an answer there Shuffings are always useful When it is there as a weakness to exploit But I'm afraid no amount of planning or brilliant Can break those defenses I'm afraid we may have no choice but to charge through the front door So Zipp, is your true body recovered enough to be able to move? I've had resting the last few days to focus on healing up If nothing else, it should be able to fly now But even so, breaking it will be difficult So I take another Noble Phantasm I'll fall right out of the sky Especially if it happens to be Zipprit It's now a Phantasm is especially dangerous to me Given that he slew a dragon Even the slightest scratch from it Could send me crashing down I'm sorry, I'm causing you trouble For you while you are reposing sides She says don't worry about it Unfortunately we have no choice But for you to fly if we are Salted Garden front gate It's not that I'm scared Well, no I guess I am scared I'm scared I won't actually be able to do this That I won't be able to get you there safely Oh, apologies It seems I was not clear We will of course all be contributing to the frontal assault You may be the greater grace Custodian But I would never put this entirely on you Sure, less alone In that case it's tough And I'll back you up Since we can both fly too Damn, Skippy we will Don't worry I promise we'll keep you And Maxi safe up there Then I stand and watch Onsak fortite Better I'll come along too I'd be no match for the strength Two for his amount Well, I'd better prepare Asana to sing praises Of your great heroes That will truly Make fortune smile up Now then I am off To ride Only a few hours left until deadline Time to get the ring flowing, William In my case I suppose I have Some golem fly In front of the dragons To act as a shield If I make full use of the millennium frog report The material They should at least A little foil I suppose I could pick off any Attacker spire in my bow Do you know something casted in? Atalanta You have another noble phantasm I hate to use it to fly During the great holy grey war I call the name Boar's Pelt I don't remember now You're right There is more More than one way To use the Boar's Pelt Surprising that I would use it to try to win the war Though I must have been quite desperate Can I still use it? I will figure something out I do not know what I will be able to stay in the air for overly long But I should be able to defy gravity for at least a short while Mommy mommy can we use our mist? You mean your second noble phantasm? Uh, I can, uh, what's the word again? You know, I can choose what goes around Do you know what I mean, Mr. Horse Servant? So you can freely select the of you, Mr. Wolves? That sounds like, uh, it can be directed then Yep, that's it Ah, now I see So back then, that's how she We are gonna write on Mr. Casterdon back along with mommy Yes, good point I will spawn Shakespeare I'd like you to write on Fafnir's back as well Ah Hi Frankenstein I mean Berserker Huh? You and I are gonna team up So I went here saying, put on the ground Huh? Huh? Ah, don't worry so much I got a brilliant plan, trust me What a brilliante plan Is there a legend about you flying that I was unaware of? Ah, nothing like that Don't worry Though, I figured something out As long as we get up there It doesn't matter how we're right We get there Trust you, watch We're just, uh, shooting up And they're like a rocket You mean you're gonna use your ma- Shh That's a damn secret, okay? Huh? What about you, Siegfried, Chiron, and Spartacus? What, uh, will you do Uh, you guys do? Good question I'll accompany Achilles in the chariot Assuming that's alright with you Fine, mommy Tells I'm made for just one rider anyway I'll ride in my hypograph with me, Siegfried I'm sure we can, uh, find a room for one more All I don't When we're eins withen, Spartacus can do fliegen, oder? It would seem this is my only option I'll make sure to defend against the others And I will find me, Snowman, Fantasy Guys, let's just leave this guy Hey, Spartacus I refuse Why? You bear the stink of oppressors Now that I know your destination I will find my own way Nothing is impossible for me The sky is but one more obstacle to be overcome Und das ist echt nett, weil das ist natürlich dann die Anspringen schon auf Sinn geworden Please, calm down Spartacus, you may be a servant But I don't believe you have any skills or no phantasm That would let you fly Nothing is impossible in this world If birds are capable of flight Then humans must be as well If I must become a bird to reach the ground Then that's what I shall do Yes, I shall be a small, elegant bird Soaring gracefully across the sky Yeah A bird, you say Well, you won't be sorry Well, you can't expect there to become a bird overnight, Spartacus If I were a bird I would be insulted to hear you think As a trivial thing to do Perhaps we could send a rope down for you Or muscles like that You should have no trouble climbing up the garden This way our lange side You are an oppressor What the hell does this lung head here So figure out what's an oppressor anyway Good, now we are There for plan to reach the garden Indeed Probably You are fine Yeah, totally fine I will prove to you That my muscles are truly worthy of your absolute trust Alright then You three new servants Will officially join our battle line up Our next step is to A clamp to working with Sir Max as a team Sounds good to me Understood Oh, come on Really Do I get a Do I get a I already know How does that just be Fine Indeed I'm certain I worry if your skill can manage quite capable But working with a team requires more than mere combat skills Besides there's nothing better than feeling one gets after landing a beautiful team combo I'll do more when it happens to live combat rather than practice Alright, I guess I could give it a shot She's like putty in a sense Okay, then I go first Looking forward to fighting with your casted end Thank you Thank you The pleasure is all up to mine I respond Would you mind creating some training golems? Very well Golem Alright, I start to focus on team members Do not run off on your own Ah, yes I will offer advice but nothing more Good luck you two Was? Muss ich jetzt dem Stolf helfen, wie er hier kämpft, oder? Du kannst doch allein auf sie aufpassen, man Wieso muss ich jetzt auf einmal Stolf hier helfen, meine Geht ja auch gar nicht, liebe Leute Aber okay Ähm Wir haben ja außerhalb der Raids und so haben wir im Endeffekt keine Also was hatten wir bis jetzt Kämpfe? Ja, dieser Abschluss-Battle und die gehört ja mehr oder weniger irgendwie zu den Raids So, äh Okay, 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 okay So Jetzt muss er 86 haben, oder? Naja, ist jetzt so Stiller Komm, bitte, bitte Ach, komm Bullshitiges Spiel Äh So wie ich es mir immer wünsche So wie dieses Spiel immer am meisten Spaß macht Nämlich wenn nix klappt, wie man sich das vorstellt, man Äh, ist immer sehr schön Eine Dreckskarte mit Addison Obwohl, nee, 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 alles gut, liebe Leute Alles gut, liebe Leute Ich habe vergessen, dass ich ja sein zweites Geleit gewählt habe Haben wir nochmal Glück gehabt, liebe Leute Das hätte Maxi schon wieder aufregen müssen So Ich hoffe Du packst es, mein Guter Ah, okay Aber das würde ich schon schaffen Also wenn er eins machen kann, dann das Essens bezwingen Mehr nicht Aber das muss schon mal lang So Und wenn nicht, werden wir noch die Breite am Aufzuhaben So, und jetzt Ah, schön, dein nächstes Skidium Also, passt Und jetzt Würde ich mal sagen Ich zeige, um mir ein bisschen zu zeigen Wer der Prithy King ist Time to shine, Mr. Prithy King Das ist ein bisschen so mega, Mann Das ist ein bisschen so mega, Mann Das ist ein bisschen so mega, Mann Und, das sagt, einer kann keinen Schaden machen, gell Also, wenn mir einer sagt Er ist jetzt nicht der beste Service, Spielmann Hat er genau 28% befandet? Ja, gar nicht mehr schlecht, Mann Dafür, dass er ein MP1-Hit hat Wenn das ist der, wo ein Hit ist, Mann Aber schlecht So, nächste Battles, komm Hat er geht's So, ach, dann ist es Siegfried Aber das interessiert uns nicht, denn wir Machen wir einfach ein bisschen Jenny Ein bisschen Jenny, 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 Gong, Mann So, anstatt da Wählen wir nur eine Skadi Haben wir Skadi Ich finde Skadi nicht, da Skadi Skadi? Skadi So, und Ähm, da das jetzt so läuft Brauche ich hier Wo haben wir es? Wo haben wir es? Battle of Kamlan Ich darf diese Party nämlich nie ändern Das ist nämlich meine Standard Farm Party Und die klappt, ehrlich gesagt, nochmal ziemlich gut mit Battle of Kamlan So, zack, dann steht er, dann steht er Okay, gut Also durfte es sich für die Ball Es könnte also drauflaufen, dass wir sieg für den letzten Wave haben Oh, es ist schon mal So, wir zeigen Let's go, Mann Leicht, das ist ja nicht hier Wo haben wir? Ich muss auch die Tuggeräu Teamwork is an excellent way to compensate for weakness But it can also greatly enhance your strength as well Try to keep that in mind once the fighting begins in Ernest Okay Siegfried, ihr habt next Right Most of your opponent's attacks will be focused on your secret You may block them Heal from them Evade them Trade places with one another Your own short free channel is however you see fit Well then, here we go Soll da kein Problem sein Denn der Gong ist da So, der Gong-Farm ist echt nämlich lustig, Mann Es wäre natürlich optimal gewesen, wenn wir noch einen anderen Supporter drin Denn jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir es schaffen Aber normalerweise müssen wir es schaffen Wenn es keine ekligen Gegner sind, geht es relativ gut Ich bin natürlich dann gespannt, wie es damit heißt So, der Gong-Gang wird es ja richtig lustig Also, zack So, Weber steht nämlich nochmal gut da Der Beobachter, nehme ich immer schön die Situation Denkt sich, okay, liebe Leute Gerade nochmal so inkommen Jawohl, warte mal Hast du 80%? Na, okay, gut Ich habe dir die Chance gegeben Ihr habt es gesehen, liebe Leute Ich hatte Power-Resilter-Reinzug-Leben Hätte ich ihm gerne gegönnt, Mann Aber Power-Resilter-Bot nicht Tut mir leid, danke, keine Ahnung Das ist wieder Zeug für so eine kleine, äh Ganz schön Gemeinden-Strategie Auf Opfer eines kleines Pro-Resilters, Mann What you want to do? Ha, 3% Gut, dann werden wir es definitiv nicht schaffen Schade Ja, dann müssen wir mit Sieg finden Die letzte neue Face-Garten He, Red Sage-Advice, was, 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 was ist Was macht das auch? Keine Ahnung Äh, ich habe es gerade echt nicht gesehen Was das gemacht hat Obwohl, warte, 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 warte Hä? Aha Ich habe alle meine Buffs wieder Cool Ich hätte es aber auch so geschafft Ich hätte nämlich dann sein zweites Skill gemacht Und sein Crit-Up gemacht Merchen 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 Und dann hätten wir es auch geschafft Aber trotzdem, hey, why not, Mann Cool So, so, dir, da kommst du ein, Mann Ja, der Dammit steigt, lieber Leider, Mann Er steigt, Mann 32.000 Bitte weiter, Mann Bitte, bitte, weiter, Mann So, jetzt ist natürlich noch Siegfried da Ich glaube, es ist jetzt Zeit Für ein bisschen Big Damage Siegfried, Mann Oh mein Gott, das ist ein Arscher Aber ich glaube, Siegfried schafft das Ah, da ist ja noch nicht immer Sein Buster ab dabei Schade Ja, Pech gehabt, Siegfried So, aber, ähm, du stehst doch an der vordersten Front immer gerne So, aufgereift wird Und ich war absolut mit meiner Strategie so schön gemacht Und jetzt kommt am Ende wieder meine gute Nero Die kann man immer nur zum High sagen So, äh, man kann auch hier nicht Paracensus übrigens in der Kombi mit Taubomo auswechseln Das ist sogar, ähm, teilweise die beste Strategie Aber hängt überhaupt auf, was die Gegner sind, weil teilweise klappt es ja nicht so hundertprozentig, dass der Liefort macht Aber so Äh, Mann, wenn wir jetzt 300,000, 300,000 geklappt haben Ja, locker Jeder gegen 110.000 Damage Das ist echt nicht schlecht, Mann Wer braucht Damage-Opte, Mann Das ist der Gong, der hier spricht Aber wir hätten einfach Spaces schon genommen Aber Leute, wie gesagt, Spaces just broke, Mann Das können wir nicht, äh, hier Ding machen Das, da fühle ich mich schlecht, Mann Übrigens, diese blühen Pages, die es hier gibt, man Die brauche ich nicht mehr Ich habe inzwischen alles mit Pages zuerst den blöden Shop aufgekauft Und weiß nicht, was ich damit warten soll, Mann Ich bin nur mit den, äh, wir können mal kurz schauen Also ich bin eigentlich fast fertig, aber ich nutze schon lange nicht mehr das Item dafür, dass ich mehr Minzen bekomme Deswegen habe ich das noch nicht fertig Ähm, ja, ihr seht euch Ah, ich bin jetzt ziemlich gut fertig Also dafür, dass Tag, Tag vier ist oder so Und das ist echt ein großer Shop, das ist ja schon Ich habe, dass ich schon alles aufgekauft habe hier Also fehlen, wie gesagt, die Siegs fehlen noch Modricostüm brauche ich jetzt eigentlich nicht Äh, von denen brauche ich noch relativ viel Von denen brauche ich auch nochmal so viel, was ganz cool ist von diesen Chipnicks da Ja, die ganzen Gems Unbedingt die Archer-Gems brauche ich auch für Tesla Aber noch gut So, bis jetzt haben wir immer als Reserve Gut, dann haben wir nochmal Lancer Day Äh, Modric, oder? Nö, kein Bock auf Modric So Aber wir gehen in die Saber-Party rein Und die Saber-Party spricht in der Form Ah, wir brauchen die Fester-Z Machen wir die? Da So, und dann muss leider aus Maticado Komm, Shakespeare rein Shakespeare macht hier echt gut Bond-Level Weil er halt einer der wenigsten uns ist, die Two-Stars ist Und halt, äh, Bonta, äh, Bonta hat Und da nehme ich ihn natürlich immer gerne mit Now, I see This is nice This is nice Something wrong? Oh no, everything's fine I just got caught up at the moment Let's keep going Last but it certainly Not least Mod it Yeah, that's fine This Team of XSF got a pain in the ass And I'm just gonna nuts That's perfectly fine We'll simply follow your lead Wait, really? You will Of course Rampaging about like a berserker Seems to suit you really well What the hell about that? Guess I don't Gotta worry about you clowns like that Okay, Master What do you say We get this party started? Are you two ready? Mod it appears to be We're suited to a quick decisive battle So let's try to hit the opponent Hard and fast as possible Your goal will be Take out heavy golems Before they can become a threat Alright, begin Wir hauen einfach drauf, liebe Leute Das soll nicht immer so So drüber reden Einfach drauf an, liebe Leute Kaput machen Und tot So Also Wenn ich bitte dürfte Kommt her Es ist zeitlos, der Lenkmann Aber auf Umo hat, liebe Leute Denn Umo ist das einzig wade Auch wenn ich natürlich jetzt nicht die optimalen Karten dafür habe Aber passt schon So, time for big Umo damage More Oh, haben die Gegner MP ab Ich lache jetzt so, aber ich bin mir sicher Das erste Mal, wo ich hier das gespielt habe Hätte ich hier große Probleme So, ja, 12.000 macht sich schon Schaden, oder? Machen wir so andersrum Ich bin mir echt sicher Das erste Mal, als ich das gemacht habe Hätte ich hier echt Liga-mäßig Probleme Da muss der kleine Max mit seinen Servant da Was war denn da, mein Servant? Servant Spirivia Ich weiß gar nicht, ob ich das sage, was hatte, man So Ah, genau Great Sage Oh, du magst das Schade, dass Nero wirklich mit einer Karte ist zu töten Ja, Freule Nett, dass ich damit nicht gerechnet habe Oh, Leute, Mann Das ist so geil, Mann Ich habe zweimal 23-30 ausgerüstet Und ich kriege hier die ganze Zeit Sterne, Mann Das ist so sick, Mann Aber unlimited Crits, das, Mann Arts Crits Und das ist ja eh das geilste Ganz in Ordnung 1-5 1-5, Mann Brutal, Mann So, so soll jedes Event sein, Mann So soll echt derbe jedes Event sein Einfach Alles niedermähen Mit Nero Einmal schwarz Zweimal schwarz Lass die kleine Tamamo in Ruhe So Tamamo, versteck dich Mir geht's ja wirklich gut Geht's dir gut So, jetzt geht's dir wieder gut, der kleine Tamamo Und du hast dich gerade mit Tamamo angelegt, Mann Tave Guck auf die Blonzen Das war so richtig Okay, also, Brode Sind wir noch mit Ready to roll? Können ja hier die Siegfritze und was auch immer Können ja kommen, Mann Ich glaube, wir sind bereit Loszulegen Ich hoffe jetzt zumindest War nur der Katzen zu Damn, das war knapp Die Skarlands sind sehr schwerer, als ich dachte Aber ich hab's geschafft, die Scherks auf Brilliant work Ah, ja, piece of cake Have you got a handle now All three of teams operate Definitely Ja, wir schon gehen Wir schon gehen Great Dann, let's take a break We still have time until the sun sets And the hangar to show itself I'm afraid we will need to leave the fortune span If you have any unfinished business here Now's the time to take care of it I'm sorry, Frank Well, you could pick some flaws to take care of it Right? Ah Oh, look at that, they're all excited You two really are good friends Who else? That's pretty simple Eh, we're a lot alike Here you are Forget it Anyway What about you and the Saber of Black? You got some kind of promise secret? No, nothing like that At least Not as he is now Ah, really? And he was thinking You must have abandoned you As back during the other war Or something Eigentlich hat er uns gerettet That's Also, Siegfried Ich will nicht mit Siegfried Mit wir sprechen Sir Custodian May I have a birth with you? With me? Okay And what's this about? It seems none of us has any memory Of the greater holy grail war We once fought That's right I think you all have been summoned From the records Leading up to it Usually memories Would be engraved To the throne of heroes But the version of the Right now Not comp- Eh Actually complete Alternatively Someone might have Seed it in my way On purpose Perhaps Whoever is awkward Tracing all this I'm told you still have Your memories of the war The Sir Custodian If that's true I have a question for you Of course Anything Did I stay true To myself? I'm afraid They can't answer that I see That's alright I was just curious No need to give it Further thought Now that I've been summoned here Whatever grudges I may have held In the past Are of no importance I was simplified To the best Of my ability Thank you That will be a huge help That said I still find it hard to believe That you are this evil dragon Sir Custodian I think you bathed In the dragon's blood Once, right? I did I only hope I need never fight Such a battle again It is too terrible To recall But the feeling Of it's Forever etched Into my soul I'm sorry What is it Master of Caldea You look terribly embarrassed An apology? I don't know What it is You are sorry for But I promise you I'm fine You needn't worry about me You are a master A crystallization Of the future If you deem To aid Necessary I would be glad To lend it to you I see So Siegfried Fought a different Fafnir In all these Don't worry Maxi I am sure He meant it When he said He never wanted to fight I battle like that again But I doubt A hero like him Would let Something like that Stop him from Stepping When He's needed I'm sure He do whatever He has to All the more So if the fate Of humanity Is at stake After all He's the sort Of man Who would risk His life Just save A mongolist Like me He even put Ahead Of his own Desires All the Person He pledged To fight He ended up Throwing All that Away Because of Me I don't I regret Doing What I Had to Do To Survive But I Guess It's hard To explain I wanted To survive And I want Sigfrid To continue Fighting I feel like The truth Those two Desire Contrary Each other But then Again Maybe They don't Do you feel Guilty Or something Yes I suppose I do After I became The greater Girl Custard And I Learned A lot Things I would Have Been Happier Not Knowing Among Them Were Things That Happened Without Me Having Been Aware At the Time The last Seven That Alanta Thought Was Achilles Frank Stan Was Forced To Use A Noble Fantasie In Full Power When She Thought With Mordred Even Though She Knew Doing So Was Suicide And A Great Tear Like Sigfrid Gave Up His Heart Also Saved My Life They Fought A Long Heart And Acquired A Holy Grail All Of Their Wishes Were Pure And Wrages But In The End I Was The One Who Ended Up With The Greater Grail Ever Since Then I Have Been Wondering Whether I Did The Right Thing Or Not What Would You Have Done Would You Have Been Able To Accept The Wish Like That And Allowed The Greater Grail To Grind It's Not As Though My Problem Has Been Resolved But For Some Reason I Feel A Bit Better Now Maybe You Just Needed To Talk About It That Could There Be It It's Hard To Repress The Urge To Talk Maybe That's Not That Surprising Since I've Manifested As A Terminal We Still Have Some Time Before We Leave To The Hanging Guns Would It Be Okay If Talk A Little More Of Course Thank You In That Case I'd Love To Hear About The Zones You Know Without Violating Their Privacy Of Course Yeah There Gibt So Cool And Not So Cool And Then Gibt The Stolfo I See So No Ninja Mechanical But She's Not A Robot Oh Dan So I Had No Idea They Had Technology Back Then To Create A Machine Cable Of Becoming So Divine Spirits Have Materialized In Your World I See I Guess That Makes Sense Given The Crisis Humanity Is Facing Huh The Goddess Of Virginity And The Moon And The Unlater Worship Is Actually A Besotted Romantic And Orion Is A Tiny Teddy Bear But Even Strong Yeah Better I Would Think That Being Loved By So Many People Is A Good Thing So Why Do You Look So Carry I Wasn't Aware Love Had Mess I Guess I Still Have A Lot To Learn Oh This Is A Q E-mail And The Stalking Club Blackbeard The Pirate I See Understand Now That One Is Beyond Understanding There Yeah The Perverse Thank You For Saying All That Kalea Sounds Like A Lot Of Fun Can You Come Visiter I I Am Afraid Not I Might Be Possible But Even If It Was I Am Obliged To Stay Here And Take Care Of The Greater Grail Once This Battle Is Over I Am Going To Stay Here I Am Waiting For Someone To Show Up That Is The One Decision I Can Change I See That Too Bad If It Was Difficult Or Painful To Do That I Might Not Be Able To Handle It But It Just A Long I Was Worried I Might Have Upset You Summoning You Out Here Or Fall Of A Sudden The Next Battle Is Going To Be For The Hanging Gardens Arvis Bronn Said He Would Make A Saddle For You So Make Sure To Hold On That Hide But Even If You Fall I Am Sure One Of The Heroes Will Save You I Copy A Stalf Or Helles Atalanta Or Arvis Bronn But Whoever It Is I Certainly One Of Them Is If You Need It Anyway We Better Get Back We Need To Get Ready To Leave To Also Leute Und Damit Geht Dann Direkt Unsere Nächste Schlacht Weiter So Sacken Wir Die Quote Ein Und Darf Wir Jetzt Raiden Nicht Okay Dann Machen Wir Direkt Weiter Mit Sektion 6 Weiter Und Da Würde Ich Sagen Bis Dann Auf Wieder Sehen Ciao